Denken Sie im Nachhinein, dass die amerikanische Strategie, alle ukrainischen Einheiten auf eine bestimmte Stelle zu konzentrieren, erfolgreicher gewesen wäre. Wir haben nur zwei möglichen. Also erstmal wissen wir, dass die ukrainische Strategie gescheitert ist, solange mir nicht jemand glaubhaft vermitteln kann, dass die Russen das Zehnfache verloren hätten. Denn ich habe zu Beginn ein Video gemacht, bevor die Gegenoffensive begonnen hat, glaube ich. Es müsste davor gewesen sein, wo ich gesagt habe, dass Territorium nicht alles ist. Das ist das naheliegendste, das greifbarste und eigentlich auch das wichtigste in dieser Hinsicht. Denn hätten Sie Melitopol genommen, dann wäre sowohl nach Osten wie auch vor allem nach Westen einiges einfacher gewesen. Und wenn Sie Melitopol genommen hätten, dann wären Sie vielleicht heute jetzt auf dieser Linie hier. Aber das ist nicht alles. Eine Offensive muss ein klar definiertes Ziel haben. Und das kann auch nur eine Zerstörung eines Objektes sein, nach deren Zerstörung man sich zurückzieht. Das kann eine politische Veränderung sein. Mit einer Offensive will man die Regierung zu irgendetwas zwingen. Man muss zum Beispiel nicht in die gegnerische Hauptstadt einmarschieren und jeden festnehmen oder töten, wenn man politische Konzessionen will. Also nur um es mal klar zu machen, es war nicht klar, was das Ziel war. Vor Beginn habe ich gesagt, theoretisch kann es auch ein Sieg der Ukraine sein, die Assov schon mehr nicht erreichen, wenn sie ein anderes Ziel erreichen. Und ein anderes Ziel könnte sein, die russischen Streitkräfte zu zerstören. Das heißt, würde man mir glaubhaft, und Sie hören, ich rede konjunktiv, ich behaupte keineswegs, dass dies der Fall sei. Würde man mir glaubhaft, würde man mir glaubhaft vermitteln, dass die Ukrainer das Zehnfache an Russen ausgeschaltet hätten, wie sie selbst, wie sie selbst verloren haben oder das Fünfzigfache, dann wäre das ein Erfolg. Aber wir sehen, dass, selbst wenn sie es getan hätten, war es nicht genug, denn wir sehen, wie sehr die Russen bei Avtivka angreifen. Also ausgeblutet sind die Russen definitiv nicht, egal wie viel die Ukrainer getötet haben. Wir wissen also, die ukrainische Strategie ist gescheitert. Punkt. Jetzt bleiben nur zwei Optionen. Entweder die Amerikaner hätten recht gehabt, man hätte alles an eine Stelle werfen müssen und sozusagen völlig egal, was es an Verlusten gibt, wir marschieren durch. Und wenn man genug drauf wirft, dann klappt das auch oder sie hätten gar nicht angreifen sollen. Und zum Ersten ist jetzt die Frage, ist das ein realistisches Szenario? Jetzt haben wir die Rede, ich habe auf dem Extras-Kanal, habe ich diesen Artikel, der gerade herumgegangen ist, zusammengefasst, weil ich nicht ein extra Video auf dem Hauptkanal dazu machen wollte. Wenn Sie es interessiert, auf dem Extras-Kanal ist ein, ich weiß nicht, zehnminütiges Video dazu oder sowas. Dort haben die Ukrainer davon gesprochen, dass auf sechs, auf vier mal vier Meilen, das sind also 6, was, 6,4 Kilometer auf 6,4 Kilometer oder sowas. Also wenn wir es mal aufrunden, auf 40 Quadratkilometer 20.000 Minen gelegen seien. Und die Minenfelder seien vier Meilen, also über sechs Kilometer tief gewesen. Haben die Ukrainer genug, um auch dann noch weiter vorzustoßen? Und dann ist ja die nächste Frage die, ein so leichtsinniges Vorgehen mit eigenen Truppen. Das Akzeptieren von großen Verlusten kann man machen. Aber man kann es nur machen, wenn man der Ansicht ist, man kann diese Verluste bei einem Scheitern ersetzen. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Ukrainer kann da schon 300 Panzer verlieren, wenn sie zum Assovschen Meer durchkommt. Aber sie muss anschließend diese 300 im Idealfall ersetzen, damit sie nicht dann zurückgeworfen wird, weil sie keine Panzer mehr hat. Und sie muss auch in der Lage sein, die 300 Panzer zu verlieren, wenn die Offensive scheitert. Denn sie will ja nicht in dieser Offensive alles auf eine Karte setzen, ihre gesamten Streitkräfte verbluten lassen und anschließend ist man vielleicht bis Togmak vorgestoßen. Aber man hat nichts mehr. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das heißt, zu verlangen, die Ukrainer sollen alles auf einen Punkt konzentrieren, hätte vielleicht klappen können. Aber das von den Ukrainern zu verlangen, wenn man ihnen nicht gleichzeitig verspricht, am Horizont warten übrigens weitere 2000 Panzer. Das heißt, wenn ihr jetzt 300, 400, 500 verliert, macht das nichts. Wir ersetzen die euch. Ihr könnt euch diese Verluste leisten. Aber das war ja nicht der Fall. Man hat denen was versprochen und jetzt kratzt man hier und dort nochmal 10 Panzer auf zusammen, die man ihnen neu schicken kann. Aber was wurde ihnen denn geliefert? Verzeihen Sie mir, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, daher runde ich jetzt. Man hat ihnen ungefähr 300 Panzer geliefert. Eine Handvoll Challenger 2. Man hat ihnen nicht einmal 100 Leopard 2, glaube ich. Waren sie irgendwie um die 80 oder sowas. Im Ganzen sagen wir mal 100 und ungefähr 200 Leopard 2 und die irgendwann in der Zukunft. Das heißt, man hat ihnen nicht über die Maßen viel geliefert. Sie konnten nicht eine riesige Armee aufbauen, die auch große Verluste erzielen kann. Und das dann zu verlangen, wenn ich ihnen nicht gleichzeitig verspreche, jeden Panzer, den ihr verliert, ersetzen wir euch nicht nur direkt, sondern wir setzen ihn euch doppelt und dreifach. Dann kann man so eine Forderung viel eher stellen. Und wenn man sich das jetzt alles anschaut, wäre es schlauer gewesen, für die Ukrainer in der Defensive zu bleiben. Das muss man wohl sagen. Und wie gesagt, in dem Artikel, der auf Interviews fußt, haben wir noch ein paar weitere Punkte, die teilweise auch bedenklich sind von ukrainischer Seite, was da an Fehlern gemacht wurde. Ich fasse nur grob einen Artikel der Washington Post zusammen, wenn Sie den Artikel selbst gelesen haben. Der war frei erhältlich. Der war nicht hinter einer Paywall oder sowas. Ein guter Teil von Ihnen wird ihn gelesen haben. Dann brauchen Sie das Video auch nicht anzuschauen. Der besonders viel eigene, kreative Leistung habe ich dabei jetzt auch nicht erbracht. Aber deswegen eben, wie gesagt, auch auf dem Extras-Kanal, weil ich das nicht für angemessen hielt, das hier auf dem großen Kanal zu packen. Also wenn wir es uns zusammenfassen wollen, hätten die Amerikaner recht gehabt, es wäre möglich. Wir können sehen, dass bei Avtivka die Russen mit dem großen Einsatz von Material Erfolge erzielt haben. Andererseits argumentieren die Ukrainer, wir sehen das, was dabei rauskommt, wenn man genau das macht, was die Amerikaner von uns wollten. Das heißt, man kann jetzt das hier als Erfolgsmodell liefern, aber wie weit sind sie denn vorgerückt? Vor Wesele waren sie vorher schon. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht zu falsch, aber so in etwa dreieinhalb Kilometer haben die Russen erzielt. In was? Inzwischen zwei Monaten? Die haben im Oktober angefangen. Ich glaube, zu Beginn von Oktober, wenn ich nicht alles falsch liege. Wenn ich nicht komplett falsch liege. Wann kann mir das der Chat schreiben oder der Mod? Ich glaube, es müsste Anfang Oktober gewesen sein. Das heißt, wir haben ungefähr zwei Monate Offensive oder vielleicht nur eineinhalb. Dabei mindestens 180 Fahrzeuge verloren, vielleicht 200. Also Schützenpanzer, Transportpanzer, Kampfpanzer und haben drei, vier Kilometer genommen. Ist das jetzt ein Erfolgskonzept? Also ich glaube, dass die Amerikaner keinen Plan hatten, wie die Front tatsächlich aussieht. Die Ukrainer haben Fehler gemacht damit, dass sie zum Beispiel das beste Material in Frischlingen gegeben haben, statt Experten umzuschulen. Das wäre vielleicht eine bessere Alternative gewesen. Die frisch aufgestellte Einheit, die zu 70 Prozent aus Frischlingen bestand, sollte die Speerspitze des Angriffs stellen. Für mich auch ein bisschen fraglich. Und dann hatten wir ja vorher schon die Kritik, dass die Ukrainer die Koordination auf verschiedenen Brigaden miteinander nicht auf die Reihe bekommen haben, dass sie das nicht können. Also da hat es auf beiden Seiten erhebliche Defizite gegeben. Das Schlauste im Nachhinein wäre sicherlich gewesen, nicht anzugreifen. Denn es kann mir keiner erklären, dass diese Geländegewinne hier, das hier, das hier und das hier, ich glaube, das war zuvor schon zurückgenommen, aber das hier irgendwie, dass das es wert war. Es sei denn, wie gesagt, es sei denn, jemand bringt mir den Beleg, der mir glaubhaft vermittelt, diese Verluste haben den Russen so viel Schaden angerichtet, dass die russischen Offensivkräfte jetzt längerfristig geschwächt sind. Dann wäre es vielleicht ein Erfolg. Aber es fällt mir schwer zu sagen, dass das ein Erfolg gewesen sei, dass diese Gegenoffensive gerechtfertigt war an dessen, was man sieht. Und wenn die eigenen Einheiten nicht gut genug ausgebildet sind, wenn der Gegner völlig überlegen ist, wir müssen es auch ganz klar sagen, die NATO hätte nie angegriffen. Die NATO greift nicht ohne Luftüberlegenheit an und die NATO greift nicht bei einem Verhältnis von 1 zu 1 an. Wo war denn das 3 zu 1 Verhältnis? Wenn die Ukrainer überhaupt 1 zu 1 hatten, wo war denn die klassische Doktrin, dass man 3 zu 1 Überlegenheit bräuchte? Die Ukrainer haben angegriffen, wo sie nicht hätten angreifen sollen. Das muss man wohl jetzt sagen. Überbordendes Selbstbewusstsein, angeheizt von westlicher Unterstützung, verbunden mit Glauben in die Unbesiegbarkeit westlicher Waffen, verbunden mit Druck von Politik und USA im Sinne von jetzt präsentiert uns ein paar Erfolge, die natürlich von Selensky kamen. Also die Gegenoffensive ist auf breiter Basis gescheitert, in meinen Augen. Wie gesagt, mit der Einschränkung theoretisch kann die sogar ein Erfolg sein, wenn sich so viele Russen getötet hätten, dass die Russen bis 2026 nicht mehr angreifen können. Aber Aktivka ist eigentlich das Argument dagegen. Also ich glaube, die waren grandios gescheitert, ist die Gegenoffensive und das Sinnvolle wäre gewesen, nicht anzugreifen, sich die Einheiten zu schonen. Das wäre wahrscheinlich Sinnvolles gewesen, aber dann hätte wiederum der Westen nichts Neues geliefert. Das ist ja die andere Geschichte, die man mitbedenken müssen. Wenn der Westen glaubt, die Ukrainer machen nichts und die ruhen sich damit aus, dann schickt er auch nichts Neues. Und der Westen zeigt weiterhin nicht den Einsatz, den ich von Unterstützern erwarten würde, die den Ukrainern den Sieg ermöglichen wollen. Denn erneut, ich möchte Sie daran erinnern, wann kam die Streumunition, wann kamen die Attackers? Die lagen alle auf Lager, die wurden nicht neu gebaut. Jetzt sind wahrscheinlich die ersten Ground Launched Small Diameter Bonds, die GLSDBs, müssten jetzt die ersten in der Ukraine sein, so langsam, dieser Tage. Die gab es vorher nicht, die wurden erst extra gebaut, die konnte man nicht früher liefern. Aber Attackers, dieses alte Modell mit der Streumunition, die Streumunition für 155 Millimeter Granaten, die lagen auf Lager, die waren bereit und hat sie ihnen nicht gegeben. Und das ist halt das große Problem, was die Ukraine hat. Man gibt ihr nicht, was die Ukraine braucht. Man gibt ihr nicht, was auf Lager liegt. Man sagt ihr aber trotzdem, macht man. Katastrophale Lage. Und die natürlich auch die Kritik befeuert, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.